Grüezi miteinander. Im ersten Teil zu Nordrhein-Westfalen haben wir uns die drei späten Teilgebiete angesehen, die nach dem Zweiten Weltkrieg zusammengefasst wurden. Die Rheinprovinz, Westfalen und Lippe. In diesem Teil sehen wir uns ein wichtiges Gebilde an, das über viele Jahrhunderte vor der Franzosenzeit eine herausragende Stellung für das gesamte Heilige Römische Reich einnahm. Köln. Damit ist nicht nur die heute viertgrösste deutsche Millionenstadt Köln gemeint, sondern auch das Kurfürstentum Köln. Aber eines nach dem anderen. Kölns Geschichte ist eng mit den Römern verbunden. Sie gründeten die Stadt vor 2000 Jahren. Der germanische Stamm der Ubier hatte Gaius Julius Caesar bei der Niederwerfung eines Aufstandes keltisch-germanischer Stämme als Kundschafter unterstützt und war zum Verbündeten der Römer geworden. Die Römertreue der Ubier führte jedoch dazu, dass sie von ihren Nachbarn auf der rechten Rheinseite bedrängt wurden. Der römische Stadthalter Marcus Vipsanius Agrippa siedelte sie daher um 19 vor Christus auf das linke Rheinufer um. Die germanischen Ubier wurden unter den Schutz der Römer genommen und hatten dafür den römischen Herrschaftsbereich am Rhein zu verteidigen. Die Römer bezeichneten diesen Ort als Opidum Ubiorum, die Hauptstadt der Ubier. Bereits 9 nach Christus wurde das bedeutendste Heiligtum der Römer errichtet, der Altar der Göttin Roma. Es entstand an diesem Ort ein urbanes Zentrum. Da dieses Heiligtum damals nur mit Zustimmung von Kaiser Augustus errichtet werden konnte, sehen einige Historiker ihn als eigentlichen Stadtgründer. Ein genaues Gründungsjahr, auf das sich alle einigen können, gibt es im Falle Kölns also nicht. Ob nun mit der Eroberung durch Gaius Julius Cäsar, der Umsiedlung der Ubier auf das linke Rheinufer oder der Errichtung des Heiligtums 9 nach Christus darf oder muss demnach jeder selbst entscheiden. Die weitere Entwicklung Kölns, das zum damaligen Zeitpunkt noch gar nicht so hiess, war durch einen schönen Zufall bestimmt. Um 16 nach Christus kam Agrippina die Jüngere zur Welt, im heutigen Köln. Sie war die Tochter von Agrippina der Älteren und Nero Claudius Germanicus. Einer ihrer Brüder sollte später unter dem Namen Caligula zum römischen Kaiser werden. Sie selbst wurde Gemahlin von Kaiser Claudius. Und auf ihren Wunsch hin wurde ihr Geburtsort um 50 nach Christus in den Rang einer römischen Kolonie erhoben. Kolonia. Der ganze Name der neuen Kolonie lautete Kolonia Claudia Ara Agrippinensium. Der Begriff Ara bezieht sich auf den Altar der Göttin Roma. Deshalb ist es auch nachvollziehbar, Agrippina die Jüngere als Gründerin Kölns zu bezeichnen. Sie wurde nicht nur hier geboren, auf ihren Wunsch hin wurde Köln zur Kolonie erhoben, sie war die Schwester Caligulas und so ganz nebenbei die Mutter von Kaiser Nero. Ja, dem Nero. In der neuen Kolonie siedelte man vor allem Veteranen an. Und schon bald nach der Stadterhebung wurde begonnen, eine mächtige Befestigung zu errichten. Eine etwa acht Meter hohe Mauer umfasste eine Fläche von einem Quadratkilometer und hatte eine Länge von fast vier Kilometern. Damit legten die Römer den Grundstein für die viele Jahrhunderte andauernde Geschichte Kölns als Festungsstadt. Die Stadt entwickelte sich ab dem zweiten Jahrhundert zu einem enorm wichtigen Handelsplatz. Vor allem Glas und Keramik waren begehrte Ausfuhrwaren. Wie schon in Beiträgen zum Saarland oder Rheinland-Pfalz erklärt, verschmolzen die römische und ortsansässige Bevölkerung relativ friedlich miteinander. Als um 69 nach Christus germanische Stämme die Stadt aufforderten, die Mauern zu schleifen und die Römer zu töten, lehnten die Stadtbewohner diese Aufforderung mit dem Hinweis ab, dass Ubir und Römer zusammengewachsen seien. Die römische Epoche Kölns beendeten Mitte des 5. Jahrhunderts die übermächtigen Franken. Die letzten römischen Legionäre verließen um jene Zeit kampflos die Stadt. Obwohl die Römer vor 1500 Jahren aus Köln abzogen, zeugen noch heute viele Relikte von der geschichtsträchtigen Vergangenheit der Stadt. Da hätten wir das Dionysos-Mosaik im römisch-germanischen Museum, Teile der römischen Stadtmauer oder der römischen Wasserleitung, die damals quellfrisches Wasser aus der Eifel in die römische Stadt leitete. Die Christianisierung Kölns fand bereits vor der Eroberung durch die Franken statt. Als erster Bischof von Köln gilt der heilige Maternus zu Beginn des 4. Jahrhunderts. Eine bereits herausragende Stellung zu Römerzeiten konnte sich Köln auch in fränkischen Zeiten bewahren. Die Stadt wurde bereits um das Jahr 800 in den Rang eines Erzbistums erhoben. Als König Otto I. seinem jüngsten Bruder Erzbischof Bruno Mitte des 10. Jahrhunderts die Verwaltung des Herzogtums Lothringen übertrug, amtierten die Erzbischöfe fortan über mehrere Jahrhunderte als geistliche und weltliche Herren Kölns. Die Bedeutung Kölns für das gesamte Reich drückte sich auch dadurch aus, dass nicht nur Erzbischof Bruno in dem von ihm gegründeten Benediktinerkloster St. Pantaleon seine letzte Ruhestätte fand, sondern später auch Kaiserin Theophanu. Ab der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts hatten die Kölner Erzbischöfe das Recht, die Krönung des Königs in Aachen vorzunehmen und sie zählten später zu den ursprünglich sieben Kurfürsten, die den König zu wählen hatten. Heiligenverehrung und Reliquienkult beförderten den weiteren Aufstieg der Stadt Köln massiv. Die bedeutendsten Reliquien brachte in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts Reinald von Dassel nach Köln. Er war gleichzeitig Kölner Erzbischof und Reichskanzler. Nach der Eroberung von Mailand verlegte er die Gebeine der Heiligen Drei Könige an unsere Stadt am Rhein. Köln wurde dadurch einer der grössten Wallfahrtsorte in ganz Europa. Das Stadtbild des Heiligen Kölns prägten zahllose Kirchen und Klöster auf engem Raum. Etwa ein Zehntel der Bevölkerung waren Kleriker. 1248 wurde der Grundstein für das Wahrzeichen der heutigen Stadt gelegt. Der Dom im neuen gotischen Stil. Es sollten über 630 Jahre bis zu seiner Vollendung vergehen. Langsam kommen wir auch in jene Zeiten, die die politische Gemengelage etwas verkomplizierten. Denn die Bürgerschaft und der Erzbischof begannen, um die Vorherrschaft über die Stadt zu streiten. Schon in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts war es zu einem fehlgeschlagenen Aufstand gegen Erzbischof Anno II. gekommen. Je nach Erzbischof und Lage versöhnten sich die verfeindeten Lager auch wieder und akzeptierten das Neben- und Miteinander. Erzbischof Konrad von Hochstaden verlieh Mitte des 13. Jahrhunderts den Bürgern verschiedene wirtschaftliche Freiheiten. Was unter anderem dazu führte, dass sich Köln auch als wirtschaftliche Grösse etablierte und zu einem recht bedeutenden Mitglied der Hanse wurde. Entscheidend für den Kampf um die Stadtherrschaft wurde die Schlacht von Worringen 1288. Im Limburger Erbfolgekrieg unterstützte die Kölner Bürgerschaft die Gegner des Kölner Erzbischofs Siegfried, der den Krieg verlor und mehrere Jahre lang auf Burg Nidecken inhaftiert wurde. Diese Niederlage für das Kurfürstentum Köln hatte weitreichende Folgen. Umliegende Herrschaften wie beispielsweise die Mark oder Berg erweiterten ihre Macht und emanzipierten sich von Kurköln. Die Erzbischöfe residierten fortan nicht mehr in Köln, auch wenn sie an ihrem Anspruch auf die Stadtherrschaft festhielten. Köln entwickelte sich daraufhin zu einer freien Stadt und wurde Ende des 14. Jahrhunderts zu Reichstagen eingeladen. Offiziell wurde Köln aber erst 1475 zur freien Reichsstadt erhoben und zwar von Kaiser Friedrich III. aus dem Hause Habsburg. Daher trennten sich in diesem Jahr auch de jure die Wege des Kurfürstentums und der Stadt Köln. Daher ist es wichtig zu begreifen, dass die freie Reichsstadt Köln und das Kurfürstentum Köln zwei verschiedene politische Einheiten waren. Nachdem der Einfluss des Klerus nach der Schlacht von Worringen im späten 13. Jahrhundert gebrochen wurde, lag die politische Macht erst einmal bei den 15 Patrizierfamilien Kölns, den edlen Geschlechtern. Deren Epoche endete aber bereits 1396. In einer Revolte übernahmen Vertreter der Handwerker und Kaufleute, sogenannte Zünfte, die Macht. Die Stadt erhielt mit dem Verbundbrief eine neue Verfassung. Dieser Verbundbrief teilte die gesamte Bürgerschaft in 22 gewerblich-politische Genossenschaften. Erst im frühen 16. Jahrhundert wurde diese Stadtverfassung mit weiteren Rechten erweitert. Und diese Art Bürgerherrschaft der Stadt sollte bis zur Franzosenzeit in Kraft bleiben. Interessant ist auch die Tatsache, dass Köln, das heute als besonders weltoffene und tolerante Stadt bekannt ist, in seiner Vergangenheit genau das Gegenteil war. Über die Jahrhunderte gab es mehrere Ausschreitungen und Pogrome gegen die in Köln lebenden Juden. So Ende des 11. Jahrhunderts, Mitte des 12. Jahrhunderts und Mitte des 14. Jahrhunderts. 1424 mussten gar alle Juden Köln verlassen. In dieser Judenvertreibung aus Köln liegt eine traurige Ironie der Geschichte. Die Synagoge im Judenviertel wurde zu jener Zeit in die Ratskapelle St. Maria in Jerusalem umgewandelt. Und dieses Gebäude, das aus der Vertreibung von Kölner Juden entstand, wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Ein halbes Jahrtausend später. Und der Judenhass war noch schlimmer als je zuvor. Die Rückständigkeit und die fehlende Anpassungsfähigkeit, also das, was beispielsweise Preußen zu Grösse und Erfolg führte, suchte man in der Stadt Köln vergebens. Auch während der Reformation blieb die Domstadt eine treue Tochter der römischen Kirche und enge Verbündete des Habsburgischen Kaisers. Protestanten wurden in Köln lediglich geduldet, das Bürgerrecht durfte nur an Katholiken verliehen werden. Köln zehrte über viele Jahrhunderte noch an der bedeutenden Historie als Macht- und Glaubenszentrum verschiedener Epochen. Spätestens ab dem 18. Jahrhundert war die Stadt aber zunehmend von einem wirtschaftlichen und sozialen Niedergang betroffen. Die einstig weitreichende Bedeutung schwand und Köln verharrte in mittelalterlichen Strukturen, unfähig sich politisch und gesellschaftlich an die neuen Zeiten anzupassen. Das früher angesprochene Zunftsystem, die Stadtverfassung und die religiöse Intoleranz im schlimmsten mittelalterlichen Sinne, liessen Köln Stück für Stück zurückfallen und untergehen. Die politischen Machthaber der Stadt waren weder fähig noch bereit, mit Reformen das Leben der Domstadt zu modernisieren. Die Geschichte der Freien Reichsstadt endete, ihr habt es vermutlich schon geahnt, mit den Franzosen. Im Oktober 1794 wurde Köln durch französische Truppen kampflos erobert. Das linksrheinische Gebiet, darunter natürlich auch Köln, wurde Teil Frankreichs. Und die Franzosen wurden von den Bürgern Kölns grundsätzlich positiv bewertet. Frankreich modernisierte das Stadtwesen, stellte die Bürger gleich und auch die bis dahin benachteiligten Protestanten. Zudem konnten sich auch endlich wieder Juden in der Stadt niederlassen. Erst 1814, also nach 20-jähriger französischer Zeit, wurde die Stadt von preußischen Truppen eingenommen. Das muss man sich rückblickend auch einmal vor Augen führen. Köln war länger Teil Frankreichs als vom nationalsozialistischen Deutschland. Und da spielt es nicht mal eine Rolle, ob man am Zeitpunkt der Einnahme oder erst bei späteren Friedensverträgen ansetzt. Nach der endgültigen Niederlage der Franzosen sind wir auch schon am Wiener Kongress angekommen, an dem Köln offiziell Preußen zufiel. In diese Zeit fällt auch teilweise der berühmte Kölner Karneval. Klar, Winteraustreibungen und ausschweifendes Feiern gab es bereits viel früher, aber die Preußen waren es, die 1823 mit der Gründung des Komitees den Karneval neu belebten und ordneten. Der seit damals stattfindende Rosenmontagszug ist jeweils der Höhepunkt des Kölner Karnevals. Anderthalb Millionen Menschen waren es dieses Jahr, die den Umzug besuchten. Als Teil Preußens wuchs die Stadt auch rasant an. Die veralteten und mittelalterlichen Festungsanlagen wichen neuer moderner Architektur. Als Preußen die Stadt übernahm, lebten hier etwa 50.000 Menschen. Mitte des 19. Jahrhunderts, also etwa 30 Jahre später, waren es bereits doppelt so viele. Zwischen 1888 und 1922 als Teil preußischer Staatsgebilde wuchs Köln auch geografisch. Ähnlich wie in Berlin oder Hamburg wurden auch umliegende Städte Kölns eingemeindet. Der geografisch grösste Gebietszuwachs durch Eingemeindung folgte aber erst 1975. Den sehen wir uns gleich noch näher an. Während des Zweiten Weltkriegs wurde Köln regelrecht im Erdboden gleichgemacht. Über 250 alliierte Luftangriffe wurden gegen die Stadt geflogen. Das Ausmass der Zerstörung war gewaltig und der Luftkrieg forderte ungefähr 20.000 zivile Opfer. In der letzten Epoche vor NRW gehörte Köln, wie wir es im ersten Teil zu Nordrhein-Westfalen lernten, zur preußischen Rheinprovinz. Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand dann das heutige Bundesland Nordrhein-Westfalen. Die Grenzen Kölns waren zu jenem Zeitpunkt aber noch nicht endgültig gezogen. Das 1975 in Kraft getretene Kölngesetz nahm umfangreiche Gebietsreformen in der Region Köln vor, auf kommunaler Ebene. Köln wuchs noch einmal um etwa 180 Quadratkilometer und knackte die Millionenmarke. Zumindest vorerst. Die kleine Stadt Wesseling, die durch das Kölngesetz ebenfalls zu Köln gehörte, war überhaupt nicht einverstanden damit, ihre städtische Selbstständigkeit zu verlieren. Sie klagten sich erfolgreich aus Köln heraus und bildeten wieder eine eigenständige Gemeinde. Mit diesem territorialen Verlust verlor Köln 1976 nicht nur eine Kleinstadt, sondern auch den Titel einer Millionenstadt. Erst 2010 sollte Köln dann ohne Wesseling eine Millionenstadt werden. Mit etwas mehr als 400 Quadratkilometern ist das heutige Köln ziemlich genau zweieinhalbmal grösser als Lichtenstein. Und mit fast 1,1 Millionen Einwohnern ist sie die viertgrösste Stadt der Bundesrepublik Deutschland. Das Wappen Kölns ist mit 700 Jahren uralt. Der doppelköpfige Reichsadler erinnert, wenig überraschend, an das Heilige Römische Reich und die Zeit als freie Reichsstadt. Die drei Kronen am oberen Ende des Wappenschildes stehen für die Reliquien der Heiligen Drei Könige, die im Kölner Dom ruhen. Da Köln, wie früher erwähnt, ein bedeutender Wallfahrtsort war und auch oft als das Heilige Köln bezeichnet wurde, tragen die beiden Adlerköpfe zudem Heiligenscheine. Die elf schwarzen Tropfen oder Tränen erinnern an den Kult der heiligen Ursula. Der Legende nach wurde die bretonische Prinzessin auf der Rückfahrt einer Pilgerreise mitsamt Begleiterinnen von Hunnen bei Köln ermordet. Es sollen ursprünglich zehn Begleiterinnen gewesen sein, daher die elf Tränen. Dass das Tränen sind, ist übrigens nur eine mittlerweile anerkannte Fehldeutung. Eigentlich sind es Hermelinschwänze nach Vorbild des bretonischen Wappens. Die Farben Rot und Weiss erinnern an die Hanse, in der Köln ein bedeutendes und wichtiges Mitglied war. Damit haben wir die Stadt Köln abgeschlossen. Doch da war doch was mit dem Kurfürstentum Köln. Genau, reisen wir also noch einmal etwas in der Zeit zurück. Die Entwicklung des weltlichen Herrschaftsgebiets der Erzbischöfe und Kurfürsten von Köln war bereits relativ früh abgeschlossen. Der rheinische Teil des kurkölnischen Territoriums erstreckte sich im Wesentlichen auf dem linken Rheinufer, von Andernach im Süden bis in das Amt Rheinberg im Norden. Hinzu kamen die Nebenländer Fest Recklinghausen und das Herzogtum Westfalen. Das Fest vor Recklinghausen bedeutet so viel wie Gerichtsbezirk. Diese territorial abgetrennten Gebiete wurden im Zuge der Zerschlagung des riesigen Herzogtums Sachsen dem Einflussbereich Kurkölns zugesprochen. Das war in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts. Jetzt haben wir etwas früher erfahren, dass bereits 1288 bei der Schlacht von Worringen de facto Köln als Stadt selbstständig wurde. Die Erzbischöfe hielten sich danach eher im Süden des Kurfürstentums auf. Zwei bevorzugte Residenzorte nahmen den Charakter von Hauptresidenzen an. Zunächst Brühl, allerdings nur als zeitweiliger Sitz eines Ratskollegiums und der Kanzlei und später vor allem Bonn. Die Erhebung von Bonn zur dauerhaften kurkölnischen Residenzstadt folgte im Jahr 1597 durch Ferdinand von Bayern. Er war Mitgehilfe des damals amtierenden Erzbischofs Ernst von Bayern und war ab 1612 selbst Kölner Erzbischof. Sein Beitrag in den Geschichtsbüchern ist äusserst dunkel. Er förderte wie kein anderer Kölner Erzbischof vor oder nach ihm die Verfolgung von Hexen. Die Geschichte Bonns ähnelt sehr stark jener Kölns. Um 12 vor Christus wurde eine erste Militäreinheit in der Bonner Innenstadt stationiert. Um 43 nach Christus entwickelte sich langsam eine zivile Lagervorstadt zu den römischen Legionslagern. Es ist möglich, dass bereits im 2. Jahrhundert bis zu 20.000 Menschen Bonn bevölkerten, was zur damaligen Zeit einer riesigen Stadt entsprach. Der Begriff Bonn ist wohl keltischen Ursprungs, der durch die späteren Eroberer übernommen wurde. Was er genau bedeutet, ist ungeklärt. Die Kölner Kurfürsten konnten den territorialen Besitzstand im 14. Jahrhundert noch erweitern. Erzbischof Heinrich II. von Wirneburg erwarb Hülchrad zwischen Köln und Neuss. Friedrich III. von Saarwerden weitere Gebiete im Norden Kurkölns. Diese Erwerbungen gingen aber meist mit Abtretungen einher. Allen voran an die Grafen von Kleve und von der Mark. Kurköln finanzierte sich vor allem durch Zolleinnahmen. Die ehemalige Reichsstadt Kaiserswerth, die Erzbischof Dietrich II. im 15. Jahrhundert für Kurköln erwerben konnte und die älteren kurkölnischen Besitzungen in Rheinberg, Neuss, Bonn oder Andernach bildeten das Rückgrat der Staatseinkünfte. Obwohl sich die Wege der Stadt Köln und dem Kurfürstentum Köln 1288 de facto und 1475 der Jure trennten, bestanden weiterhin zahlreiche Kontakte zwischen Stadt und Erzstift Köln. Das hatte verschiedene Gründe. Einige weltliche Rechte blieben den Erzbischöfen auch nach der Trennung in der Stadt erhalten. Noch wichtiger aber war, die Stadt Köln überragte alle kurkölnischen Städte weit an Bedeutung, in jeder Hinsicht. Daher waren die wirtschaftlichen und geistekulturellen Bande zwischen Stadt und Kurfürstentum nicht so einfach zu trennen. Das Erzstift am Rhein wies zwar ein recht hohes Maß an Urbanisierung auf, der grösste Teil der Bevölkerung lebte aber bis zum Ende des 18. Jahrhunderts von der Landwirtschaft. Was Kurköln und die Reichstadt Köln einte, war ihre Rückständigkeit und starre Verwaltungsstrukturen. Während sich in umliegenden Herzogtümern gewerbliche und wirtschaftliche Modernisierungen durchsetzten, hielt Kurköln an den strengen städtischen Zunftbestimmungen fest und hielt das Verbot des Zuzugs protestantischer Gewerbetreibender aufrecht. Die Erzbischöfe Kurkölns waren bis ins späte 16. Jahrhundert aus verschiedenen hochadligen Familien. Im Zuge des Kölnischen Krieges regierten für 180 Jahre fast ununterbrochen die bayerischen Wittelsbacher. Bayern arbeitete mit grossem Fleiss daran, Reformationsversuche überall im Reich abzuwehren. Die Wittelsbacher Herrschaft über Köln endete erst mit Clemens August von Bayern in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Bayerns Strategie ging jedoch auf. Das Kurfürstentum blieb römisch-katholisch. Nach den Wittelsbachern gab es nur noch zwei Kölner Erzbischöfe, die geistliche und weltliche Herrscher des Kurfürstentums waren. Das war ab 1761 Maximilian von Königsegg Rotenfels und ab 1784 Maximilian Franz von Österreich. Mit Maximilian von Österreich bekam Kurköln im Vergleich zu vorherigen Herrschern einen hochmodernen Kurfürsten. Er versuchte vor der Franzosenzeit und dem endgültigen Untergang Kurkölns die veralteten Strukturen zu erneuern. 1794 besetzten französische Truppen unter anderem die linksrheinischen Gebiete, die 1801 endgültig französisches Staatsgebiet wurden. Anton Victor von Österreich wurde 1801 zwar noch als Erzbischof Kurkölns gewählt, sein Amt konnte er aber nie ausführen. Die Tage Kurkölns waren gezählt. Mit dem Reichsdeputations Hauptschluss von 1803 wurden die vielen geistlichen Gebiete säkularisiert und neuen Herrschern unterstellt. Die linksrheinischen Gebiete fielen an Frankreich, die verstreuten rechtsrheinischen Gebiete unter anderem an das Herzogtum Nassau oder an Hessen Darmstadt. Das ehemalige Fest Recklinghausen entspricht mehr oder weniger dem heutigen Kreis Recklinghausen im Regierungsbezirk Münster. Das Herzogtum Westfalen, das trotz seiner Zugehörigkeit zu Kurköln über die Jahrhunderte viele Eigenverwaltungsrechte bewahren konnte, lag grösstenteils auf dem Gebiet des wunderschönen Sauerlandes. Dieses malerische Mittelgebirge ist ein traumhafter Kontrast zum dicht besiedelten Westen Nordrhein-Westfalens und für den Tourismus von grosser Bedeutung. Mit der Franzosenzeit der Niederwerfung Frankreichs und der territorialen Neuordnung Europas am Wiener Kongress gingen die Gebiete NRWs, mit Ausnahme Lippes an Preußen. Und damit haben wir für Kurköln den Kreis zwischen der Kleinstaaterei und den grossen Gebietsveränderungen nach Napoleon geschlossen. Das Kreuz des Kurfürstentums Köln geht auf das Schwarze Kreuz auf weissem Grund des Deutschen Ordens zurück. Als Kaufleute aus Bremen und Lübeck zur Zeit des dritten Kreuzzuges um 1190 in Akon in Israel an Land gingen, sahen sie die Not der Menschen, die verwundet oder krank von der langen Reise waren. Kurz entschlossen nahmen sie die Segel von ihren Schiffen und bauten daraus Zelte. So entstand das erste Feldlazarett und der Auftrag des Deutschen Ordens formulierte sich. Die Fürsorge für kranke und notleidende Menschen. Und selbst wenn ihr hier in diesem Beitrag zum ersten Mal gehört oder verstanden habt, dass die Stadt Köln und Kurköln zwei verschiedene Dinge sind, so kennt absolut jeder von euch den berühmtesten Kurkölner aller Zeiten. Oder will mir jemand erzählen, er habe noch nie vom in Bonn geborenen Ludwig van Beethoven gehört. Damit haben wir Stadt und Kurfürstentum mit Namen Köln abgeschlossen. Einst ein Zentrum der Christenheit, eine Stadt, die über Jahrhunderte ihre Bedeutung aufgrund ihrer Intoleranz und Unfähigkeit, sich anzupassen, verlor. Und heute ist die Domstadt am Rhein eine weltoffene Millionenstadt und Heimat ebenso vieler Jecken. Merci fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Amen. Amen. Amen.